WUG, Herz und Verstand WUG, Herz und Verstand Ich kann nur nicht, wie bei der letzten Sendung mich vier, fünf Stunden da noch dran setzen und versuchen so einigermaßen synchron zu ziehen Wir müssen jetzt einfach mit dieser Asynchronität leben. Wir haben auch schon darüber gesprochen ob wir einfach nur ein Bild einblenden, aber das finde ich einfach schade, weil man auch wenn der Ton dann oftmals viel früher ist als das Bild, dennoch auch an der Gestik und Mimik einiges ablesen kann und insofern möchten wir für euch so lebendig wie möglich wirken und deswegen kein Podcast und demnächst werden wir vielleicht versuchen, dass WUG dann die Kamera selbst aufnimmt und es mir dann zukommen lässt, sodass wir es dann einfach im Schnitt erledigen können. Aber das sind alles wieder zukünftige Dinge, wie wir diese Probleme angehen können. Das ist heute in dieser Sendung nicht möglich. Ja, wir wollen einfach loslegen. Wir haben jetzt eh schon wieder viel zu lange. Es ist nach acht und wir haben uns nach sechs im Prinzip sind wir jetzt zwei Stunden mit dem Quatsch beschäftigt gewesen. Das ist einfach Ja, da hätten wir schon zwei Sendungen aufnehmen können. Holy Moly. Ja WUG, wir haben am Freitag eine wunderbare Sendung gemacht, wie ich finde, auf die ich mich sehr gefreut habe und über die ich mich auch sehr gefreut habe. Dann hattest du dich ja so schön verabschiedet von wegen, ja, du gehst jetzt nicht mal einklinken. Abgesehen davon haben wir ja die Sonnenwende auch erlebt. Wie ist denn das für dich gelaufen? Mit dem Arktorianischen Rat, mit den Akasha-Chroniken von Arkturus und natürlich auch mit der Sonnenwende? Ja, hallo erstmal. Also ich fand es interessant, der Kontakt dorthin war sehr, sehr einfach und ging sehr schnell. Also ich habe einfach dann meine üblichen meinen Schutz, meinen Lichtschutz aufgebaut und habe mich im Meditieren gelegt und habe dann über den Fokus-10-Zustand direkt sozusagen drum gebeten, in Kontakt zu treten mit ihnen und auch an diese Chronik rein zu dürfen. Und das ging recht schnell. Also das war innerhalb von wenigen Momenten sozusagen, wurde mir gestattet und dann sah ich, oder dann merkte ich einfach nur, dass meine Augen halt wieder anfingen extrem zu flackern, ganz einfach. und ich sage mal so, nach, ich glaube, 20 Minuten, 30 Minuten war dann mein Speicher auch erstmal voll. Und dann habe ich auch einfach gemerkt, dann wurde ich halt einfach, oder die Meditation wurde dann einfach auch flacher. Das heißt, ich bin dann sozusagen aus diesem Trance-Zustand rausgekommen, auf einfach natürlich sanften Wege, sozusagen, wie wenn man auftaucht. Und ja, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten und so, und weil es einfach halt sehr, sehr viele Informationen waren. Das Ding ist halt, dass sehr vieles von dem, ich kann halt nicht wirklich bewusst darauf zugreifen, auch wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, einfach mehr, mehr Informationen und mehr Input zu haben, auch vor allem halt zum Beispiel über unsere Vergangenheit und so weiter. Aber das große Ding ist einfach, man kann das natürlich nicht wirklich belegen. Aber es ist definitiv sehr einfach und angenehm, dort hinein zu gehen und sich bestimmte Informationen herauszuholen. Also das kann ich definitiv jedem empfehlen. Ist ja noch weiterhin möglich, ich habe es auch gemacht, allerdings bei mir ging es über den Schlaf. Ich habe auch, ich schlafe zur Zeit so viel, ich habe das Gefühl, ich esse nur und schlafe nur. Ich habe es im Wug vorher schon erzählt. Woran merkt ihr, dass ihr viel esst? Wenn die Verkäuferin beim Edeka euch fragt, ob ihr ein Geschäft habt, ob ihr eine Wirtschaft führt, wenn ihr dann tonnenweise ein Futter rausschleppt, ist mir vorher so gegangen, um euch einfach ein bisschen zu ereitern. Ja, und was ist mit der Sonnenwende? Was hast du da erlebt? Was denkst du, was passiert ist? Wie ist überhaupt was passiert? Also ich finde es sehr interessant, auch zum Beispiel mit dem Schlaf. Also bei mir ist es in letzter Zeit sehr schlecht bestellt im Schlaf. Also ich habe ja das, was ich Intervallschlafen nenne, dass ich meist nur, keine Ahnung, drei bis fünf Stunden am Stück schlafe. Und ja, auch dann relativ flachen Schlaf habe mit so gut wie keinen Träumen und sowas. Genauso war es ja auch dann zum Beispiel zu der Sonnenfinsternis. Ich bin passend 20 Minuten vorher wach geworden, obwohl ich wieder bis recht spät nachts und beschäftigt war. Und ich habe dann angefangen, mir den YouTube-Livestream dann anzusehen aus verschiedenen Observatorien und so. und war also ich glaube zwei Stunden etwa dabei, mir das Ganze anzusehen und war leider etwas enttäuscht, muss ich sagen, dass halt nichts Spektakuläres oder sowas passiert ist. Auch wenn ich sagen muss, dass der Sonntag definitiv sehr interessante Energien hatte, die auch teilweise sehr wechselhaft waren. Aber ja, ich sage mal so, ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass es halt nichts Sichtbares gab, aber ich fand es einfach wieder ein sehr schönes Naturschauspiel ganz einfach. Das Beweisbare sozusagen, dass man einfach mal dem Nachbarn sagen kann, Alter, hast du es gesehen? Jetzt erzähle ich dir doch die ganze Zeit so ein bisschen dieses Thema und natürlich auch den Effekt auf die Menschen. Also ich habe natürlich auch gewartet drauf, passiert jetzt was? Sind die jetzt anders drauf? Gut, in dem Maße würde ich es gar nicht mitbekommen, weil ich jetzt mit so vielen Menschen auch gar nicht übers Wochenende Kontakt hatte, aber du weißt, was ich meine und ich checke ja auch immer kurz, ich glaube, das machst du auch so ein bisschen die Medienlandschaft, ob da draußen irgendwas los ist und da war still, schweigen. Im Gegenteil, man könnte sagen, sie haben ein Ereignis, zumindest in Deutschland, dagegen geschossen. die Randale von Stuttgart, die kam so ein bisschen dazwischen und wir haben uns kurz überlegt, jetzt sind wir wieder dabei, wobei ja alles miteinander verbunden ist und verknüpft ist, gehen wir jetzt in Vergebung, was euch schon so lange versprochen haben oder gehen wir ein bisschen auf diese aktuellen Dinge ein, wobei wir da auch schon darüber gesprochen haben, dass das nicht ganz ungefährlich ist, da muss man ein bisschen aufpassen, die Wortwahl und wie man es sagt, grundsätzlich sind wir in der Vergebung auch denjenigen, die diese Rollen ausführen. Marc Pesio ist da etwas deutlicher. Du kannst ja mal kurz sagen, als Zitat darf man es ja definitiv bringen, was ist denn die Meinung von Marc Pesio über diese Dinge, die da passieren und vor allem über die Polizei? Also Marc steht denen sehr, sehr kritisch entgegen, also im Grunde genommen allen Uniformierten. ich meine prinzipiell hat er ja in gewisser Art und Weise Recht, weil wenn man eine Uniform anzieht, gibt man ja das Menschsein auf. Das belegt ja ganz klar im Grunde genommen auch zum Beispiel die vier Antworten eines Befehlsempfängers. Ja Meister, Nein Meister, Sofort Meister, ich habe etwas nicht verstanden, Meister. und das ist halt so ein bisschen, also ich finde es sehr, ja, es ist, ich muss sagen, schwierig sich das anzusehen, weil die Leute, die diese Jobs machen, haben ja, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten von denen im Grunde genommen wirklich etwas Gutes tun möchten, aber es ist ja leider auch ein bekanntes Phänomen weltweit, dass jetzt halt ganz besonders bei der Polizei im Normalfall Leute, die, ja, ziemlich intelligent sind, im Normalfall nicht genommen werden und das ist ja kein Zufall und das ist ja auch mehr oder weniger überall auf der Welt so und es ist ja leider nun auch richtig, dass die Elite, die sogenannte Elite, ja, sich diese Instanz sozusagen erschaffen hat als ihre persönlichen Wachhunde und das sieht man ja auch ganz eindeutig an den ganzen Emblemen, die auf der Uniform und so weiter mit drauf sind, wovon die meisten Embleme zum Beispiel den Leuten, die sie tragen, nicht wirklich geläufig sind und also jetzt zum Beispiel bei den Germanen und so weiter früher war zum Beispiel eine Auszeichnung mit Eichenlaub war im Grunde eine Weihung für den Tod, das heißt, dass man ein Todgeweihter war, und im Grunde genommen halt sozusagen als Opfergabe bereit ist und also es ist alles trotzdem keinerlei Entschuldigung oder Rechtfertigung dafür, was da passiert ist, weil meines Erachtens geht die Gewalt von anderen Leuten aus und das ist ja eine der Sachen, die Marc Pass hier auch ganz klar sagt, dass derjenige, der Gewalt einleitet, also unrechtmäßige Kraftwirkung sozusagen auf andere Wesen, um sie zu bestimmten Sachen zu zwingen, geht ja in diesem Falle meist von anderen Leuten aus, die ihre Wut und ihren Frust durch Gewalt äußern und ja, das macht die ganze Sache ziemlich heikel. Also fassen wir mal zusammen, da gab es ja mehrere Dinge, also diese Pflastersteine und das, das sollte ja in mehreren Großstädten schon also stationiert worden sein, also vorbereitet worden sein, in Stuttgart ist es jetzt passiert, aber da kann man davon ausgehen, dass das jetzt ja, also irgendwo wurden die, diese Event Besucher oder wie man sie auch immer nennen mag, dazu angestiftet, verleitet, geleitet oder sogar bezahlt, das weiß man eben nicht ganz genau, um diese Dinge zu machen und das ist mal das eine, damit die Menschen auch mal wissen, worüber wir eigentlich gerade reden, also das ist jetzt in Stuttgart passiert, diese Randale und auch die haben ja sogar eingebrochen in bestimmten Läden und die ausgeräumt und relativ viel Schaden verursacht und viel Angst verbreitet auch und auch sehr viel Gewalt dann gegen die Ordnungshüter, gegen die Polizei, die dann eingeschritten ist, fand dann statt, sind auch einige verhaftet worden, das ist mal das Szenario und das andere, wo wir jetzt schon drüber geredet haben, aber was man vielleicht nochmal auf den Punkt bringen müsste, wenn jemand, also ich hatte ja die Situation, ich wurde ja mal verhaftet, irgendjemand hat bestimmt, da müssen jetzt zwei Leute kommen, die verhaften den jetzt, also in dem Szenario, wer hat mich jetzt, wer ist jetzt praktisch schuld, der Richter, der mich verklagt hat oder die Gesetze, die entstanden sind oder der Politiker, der es gemacht hat oder waren es dann doch die zwei Polizisten, die da waren und man kann eben feststellen, es sind halt die zwei Polizisten gewesen, die letztendlich natürlich gesagt haben, okay, unser freier Wille zählt ja nicht, das ist ja die Ausrede immer so derjenigen, die das dann machen, die sagen ich bin bloß Befehlsempfänger und es gab ein Szenario in Deutschland, das wissen wir auch alle, da galt es dann als Argument nicht mehr, was ja auch völlig zu Recht ist, weil es ja auch richtig ist, wenn man bestimmte Dinge tut, dann muss man als Mensch das mit seiner eigenen Ethik prüfen und das würde natürlich unsere Gesetze und wie wir organisiert sein total aushebeln, weil wenn jeder Polizist erstmal überprüft, ob das überhaupt richtig ist, was er ja tut, weil er nämlich sein Karma riskiert und dann stehen wir aber wieder auf der richtigen Seite, aber es wäre nämlich richtig eigentlich, dass niemand nur blind eigentlich irgendwelchen Befehlen beugt und das ist jetzt das Szenario, also das ist die These, wer hat die Verantwortung, wer begeht denn die Taten und da sind wir natürlich jetzt so ein bisschen harmlos, wenn mich hier zwei Leute abholen, ist es natürlich auch Entführung, wenn andere Leute das abholen, ist es Entführung, wenn es der Staat macht, ist es sozusagen rechtskonform und absolut in Ordnung, also es ist auch ein bisschen strange, aber es geht ja weiter, es gibt ja auch Morde, es gibt Krieg, es gibt, wer hat denn die Bombe geschmissen, war es der, der auf den Knopf gedrückt hat oder der gesagt hat, drück auf den Knopf, es war halt der, der auf den Knopf gedrückt hat und dem muss man erst mal folgen, das muss man erst mal sacken lassen, verstehen, wenn ihr das noch nicht verstanden habt in der Tiefe, dann bitten wir euch, die Mark Pessi euch anzuschauen, eben die Naturgesetze, wo das Ganze etwas breiter aus, also breiter erklärt und einfach veranschaulicht, ja es ist auch ein Vortrag, wir führen hier nur ein Gespräch, wir haben ja keine Schaubilder oder irgend so, das ist noch ein bisschen verdeutlichen, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass die meisten das von euch einfach schon wissen oder zumindest, wenn sie es jetzt gerade gehört haben, sagen, ja stimmt, das ist auch so, also der Aha-Effekt einfach da ist und auf der Basis muss man dann Polizei und Ordnungshüter einfach anders sehen, weil die einfach eigentlich eine riesen Verantwortung haben, sich aber derer, und da muss man auch ganz fair sein, nicht bewusst sind. Richtig, und Mark erklärt ja auch ganz klein im Natural Law Vortrag, dass derjenige, der durch seine Handlung, wie sagen, Unrecht begeht, dass derjenige auch das Karma dafür trägt. Und genau deswegen zum Beispiel haben ja zum Beispiel die dunklen Okkultisten ja ihre Hand langer, damit sie sich die Hände nicht schmutzig machen. Und meines Erachtens haben wir hier alle ein Riesenproblem, solange Leute dafür bereit sind, für bunt bedruckte Papierscheine, die im Grunde genommen nichts wert sind, anderen Leuten Schaden zuzufügen. Und in dem kosmische Verlassenheit, kosmische Bände mit Vortrag von Mark Passio wird ja auch ganz klar gesagt, dass im Grunde genommen die Uniformierten, er drückt es halt so aus, dass sie die spirituellen Kinder sind, also die trotzigen Kleinkinder, die sich weigern, ihre persönliche Verantwortung zu übernehmen. Und genau die sind es, die die Waffen tragen. Und das ist ja auch kein Zufall, das ist ja durchaus so gewollt. Und daher ist es ja auch in gewisser Weise unsere Aufgabe, genau diese Leute darauf hinzuweisen und versuchen sie aufzuwecken und ihnen klarzumachen, was wirklich passiert. Ich meine jetzt hier zum Beispiel bei uns in der Stadt ist es ja so, dass die meisten sehr entspannt sind und natürlich gibt es immer schwarze Schafe darunter, aber die meisten von denen sind wirklich sehr entspannt und greifen im Grunde nur dann ein, wenn wirklich etwas vorgefallen ist. Also es ist natürlich klar, nach den Naturgesetzen wäre es ja auch zum Beispiel Nötigung etc., wenn man zum Beispiel geblitzt würde und zur Kasse gebeten wird etc. pp. Ist ja auch soweit richtig, aber das darunterliegende Grundwerk, was geändert werden müsste, ist halt wirklich schon gewaltig, weil im Grunde genommen, das wird in dem Marc-Passio-Vortrag über Thema Waffen und Bedürfnisse zum Beispiel angesprochen, im Grunde genommen, also jetzt zum Beispiel in der amerikanischen Verfassung ist das Einzige, was wirklich als notwendig beschrieben wurde, die Miliz. Das heißt bewaffnete Bürger, die sozusagen die Straßen ihrer eigenen Stadt patrouillieren und und solange wir alle, also unsere Bevölkerung nicht mental, spirituell soweit erwachsen ist und die meisten von uns sind ausgewachsen, aber nicht erwachsen, vor allem psychisch nicht, dass sie zum Beispiel dann wirklich auch Schusswaffen tragen können und damit umgehen können, haben wir zur Zeit nicht wirklich eine Option sozusagen diesen sagen wir jetzt eine andere Form von Sicherheitsdienst, von Überwachung sozusagen oder von gegenseitigem Schutz einzuleiten und das ist halt jetzt gerade zur Zeit wirklich ein Dilemma weil es ist ja vor einiger Zeit ein Fall in Lippstadt meine ich bekannt geworden der ja mit ich sag jetzt mal Kindsmissbrauch und sowas zu tun hat und da sind ja zum Beispiel die ganzen Beweise innerhalb einer geschlossenen Asservatenkammer aus der Polizei verschwunden das heißt dass da definitiv halt schwarze Schafemitte darunter sind und meines Erachtens ist es aber wirklich wichtig dass man diesen ganzen Berufsstand nicht über einen Kamm schert und nicht alle sozusagen beschuldigt solche schwarzen Schafe zu sein weil ich mir ziemlich sicher bin dass die meisten von denen im Grunde genommen das richtige wollen aber durch bestimmte ich sag mal bestimmtes Regelwerk einfach halt dazu genötigt sind einen ich sag mal Kompromiss zu fahren also dass sie die ich sag mal Wünsche ihrer Auftraggeber sozusagen auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite den Spagat machen müssen zu dem was das Fußvolk will und das ist sicherlich keine keine leichte Aufgabe aber dafür müssten wir insgesamt also die ganze Gesellschaft insgesamt deutlich bewusster und erwachsener werden und da gehört ja dieses ganze Thema Schattenarbeit und sowas alles mit dazu und da sind nicht wirklich viele Leute bereit zu und gerade die Leute die eher zu Aktivismus neigen also die lieber gesagt bekommen was sie zu tun haben als selber drüber nachzudenken zum Beispiel denen das ist dann wahrscheinlich sehr sehr schwer klar zu machen dass sie sich halt ihre Traumata einfach mal ansehen sollten und bestimmte Sachen in sich selber ändern sollten und ihre bestimmte Ansichten ändern sollten und erwachsen werden sollten und ich weiß dass ich jetzt damit schon allein schon sehr vielen Leuten auf Füße getreten bin weil die meisten halten sich halt für keine Ahnung erwachsen und spirituell leuchtend und haste nicht gesehen aber da haben wir auch schon anfangs drüber gesprochen wenn man wirklich ehrlich zu sich selber ist dann ist das in den meisten Fällen nicht wirklich der Fall Ja da darf man auch ein bisschen aus dem Vorwurf rausgehen und auch verstehen allein schon die Tatsache über die wir schon mal gesprochen haben dass der Mensch eigentlich langlebiger sein würde und sollte weil es nämlich einfach auch eine bestimmte Zeit braucht in dieser Dichte die Dinge zu verstehen also dass man hunderte von Jahren mal auch über ein Thema brüten kann und da sind wir längst wieder weg und vor allem waren wir nicht lange besonders fit um das vernünftig anzugehen auch die bestimmten Themen mir wurde das so klar dass es da einen richtigen Konflikt gibt zwischen Befehlsgeber und Befehlsempfänger als Arnold Schwarzenegger Todesbefehle gab als Gouverneur von Kalifornien und da er auch mit seiner Heimatstadt oder mit seinem Heimatland auch Probleme bekommen da wurde eben der goldene Schlüssel von seiner Heimatstadt entzogen oder er hat es auch zurückgegeben weil er so kritisiert wurde irgendwie so weil mir war klar wenn man die Todesstrafe hat dann muss die jemand ausführen und das ist einfach nicht in Ordnung ja ja weiß ich jemand ein zusperren ist schon so grenzwertig vor allem wegen manchen dinge und dann gibt es wieder diese die Fälle wo dann jemand nach unschuldigen Gefängnis sitzt das war wieder ein ganz anderes Thema aber dass jemand am schreibtisch sitzt und sagt unterschreibe ich und dann muss das jemand ausführen ich meine würden wir also das ist jetzt nur was bildliches ja würde so jemand an die Himmelspforte kommen und sagen keiner Schuldbewusstsein ja und Petrus oder wer auch immer ihn empfängt also wie gesagt das ist wirklich nur ein Beispiel ich glaube an diese Geschichte so nicht aber das ist einfach versteht er würde sagen ja was willst du hier was glaubst du warum du hier reinkommst ich war doch nur gut ja und hey du hast im Gefängnis Leute die Giftspritze gegeben ja aber das musste ich so machen das waren böse Leute das wurde mir gesagt alter das glaubst du doch jetzt nicht ernst und das alles für dieses Papiergeld was überhaupt nichts wert ist dass ihr euch da so organisiert habt ist und dann kommst dir ganz eiskalt ja klar ist richtig ja also ich hab hier was gemacht was nicht in Ordnung ist auch die schon also was dann noch was ich dann noch perverser finde ist dass man die Leute die sich dessen bewusst sind die dieses die um diese Naturgesetze wissen das ist ja dieses okkulte Wissen dass die machen das ja absichtlich die machen die machen das nicht dass es komplett frei ist ich glaube nicht dass es gar keine Rolle spielt dass du diese dinge vorangetrieben hast dass du diese bösen absichten hattest und auch gewusst hast wenn ich dem das gebe dann macht er das aber dennoch so einigermaßen safe in so einem Graubereich sind weil ganz konkret wenn ich jetzt sage Wook ich gebe dir jetzt hier irgendwie so einen Zettel und dafür machst du diese das oder das schlimme ding und der Wook macht es dann da könnte ich auch da stehen warum machst das ich wollte es ja gar nicht in dem Fall wollte ich es ja dann wirklich nicht aber es ist schon ein Graubereich weil letztendlich richtig also mir fiel jetzt halt auch zum Beispiel noch ein Fall ein der jetzt am Wochenende war sowieso eine ganze Menge los also es gab zum Beispiel auch eine Schießerei in den USA in London ist wohl auch jemand mit einem Messer abgegangen und hat da mehrere Leute verletzt und so weiter und also wenn jemand zum Beispiel mit einer Waffe auf einen zugelaufen kommt und die Absicht hat einen zu verletzen und dann ist es absolut in Ordnung dass man sich verteidigt und so weiter aber dieses Prinzip mit dem Karma natürlich also wenn du mir den Auftrag gibst jemand anderem Schaden zuzufügen natürlich bekommst du etwas von dem Karma aber halt nur einen Bruchteil von dem Karma was ich kriege wenn ich das wirklich ausführe und da ist es halt wirklich wichtig dass man sich selber versichert dass die Person das Ziel sozusagen halt wirklich finster ist weil da haben wir uns ja im Privaten schon mal drüber unterhalten ist es wirklich Mord wenn man einen Mörder umbringt ja natürlich ist es das so aber ähnlich wie auch zum Beispiel mit dem wenn man einen Dieb bestiehlt es es ist es ist nur so dass wenn man jemand schlechtes sozusagen jemanden einen Dieb beklaut sozusagen dass man für den Diebstahl sozusagen dann wahrscheinlich weniger schlechtes Karma bekommt als wenn man jemand Gutes beklaut dieses Prinzip dass man also ich muss jetzt halt gerade an eine Aussage denken von Leuten also es ging halt um Blutrituale und also dass da wirklich Leute genommen werden zum Beispiel die sich in Anführungsstrichen sozusagen bewähren müssen wie ja was hier Ronald Bernhard ja auch berichtet hat dass dann halt einem Frischling das Messer gereicht wird um die Tötung sozusagen durchzuführen während halt alle anderen sozusagen die ja das das wie kann ich das jetzt am besten ausdrücken also die die Gabe haben wollen die die Pseudo Eucharistie sozusagen dass die sich zurückhalten und halt jemand anderen diese Aufgabe machen lassen obwohl andere Leute dann ja das Fleisch verzehren sag ich jetzt einfach mal so also das halt wirklich diese Aufgabe des schlechten Karmas zu übernehmen sozusagen ausgesourced wird an jemanden der sein der halt noch nicht karmisch so hart belastet ist wie andere Leute und das ist jetzt zum Beispiel gerade in dunklen Kreisen ich weiß gar nicht wer das darüber bestellt ich meine Arizona Wilder die darüber berichtet hat in einem Interview mit David Icke wo dann ganz klar gesagt wurde dass bestimmte hohe Okkultisten sozusagen in einem Kreis drum herum standen und dann halt einer bestimmten Person einer recht frischen Person sozusagen halt das Messer gegeben wurde um ja das die Opferpersonen zu töten dass das halt Tradition ist und im Grunde genommen nur dann unterbrochen wird oder dieses Ritus sozusagen verändert wird wenn derjenige halt einen Fehler macht in dem in dem Ritual selber oder halt einfach die Sache zu lange dauert und die ja Bestien zu viel Hunger haben sag ich jetzt einfach mal ja das erinnert mich jetzt an so kann ich euch nur empfehlen also ihr habt es nochmal zusammengefasst ja empfehlen ist schwierig ja beschäftigt euch mit den Dingen natürlich nur wenn ihr es wenn es eure Schwingungen nicht zu sehr beeinträchtigt also das können wir immer nur jedem empfehlen dass ihr einfach auf eure Schwingung achtet wir wissen ja um viele Dinge schon und man muss nicht ins Detail so reingehen aber das was du gerade erzählt hast das erinnerte mich sehr an Dokumentationen die es schon gab die wurden eben bei Trau keinem Promi als er die die Sendung mit Sido seinen Stundengespräch aufgearbeitet hat weil er die einfach die Aufmerksamkeit auch durch die Sido-Fans hat er genutzt hat eine Drei-Stunden-Sendung draus gemacht und hat nochmal alle älteren Dinge die einfach wichtig sind zu wissen auch durch Dokumentationen belegt also eben auch von damals öffentlich-rechtlichen Dingen also wo es dann eben um ja Satanismus ging und auch um ja Gewalttaten und im Zusammenhang mit Satanismus ja mit Schändungen und natürlich auch wirklich Tötungsdelikten da war das häufig so und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen dass die die Opfer die Opfer getötet haben oder sie töten mussten weil ihnen sonst auch Schlimmes widerfährt und dann haben wir auch wieder diese Geschichte dieser Persönlichkeitsspaltung weil du diese Dinge nur machen kannst wenn du dich halt in dir zurückziehst und eine Persönlichkeit zum Vorschein tritt die das überhaupt machen kann ja die sozusagen sein eigenes Leben retten möchte und dann doch das Kind oder das Baby tötet also wie gesagt das ist jetzt keine Erfindung von mir es gibt diese diese Dinge ihr habt schon alle drüber gehört aber da könnt ihr nochmal wirklich Opfer hören und mit Psychologen sprechen dass das wirklich keine Einzelfälle sind und interessanterweise werden sie von der Polizei auch nicht erfasst es gibt praktisch keine Erfassung dieser Dinge als satanische sondern das ist ein Mord das wird man kann jetzt nicht hingehen und sagen was gibt es denn für eine Statistik wie auffällig ist denn das hier das erfährt man nicht es ist ganz interessant ob das Absicht ist oder nicht aber auf jeden Fall kriegt man keinen Eindruck davon wie gegenwärtig das ist und natürlich weiß man natürlich auch dann um diese Geschichte in Belgien die so unfassbar unterdrückt worden ist wo fast 30 Zeugen in einem normalen gesunden Alter gestorben sind innerhalb von wenigen Monaten um diesen einen Täter als Einzeltäter dastehen zu lassen also es unfassbar und dann sind wir natürlich auch wieder drauf da sind ja mehr als schwarze Schafe wenn man das nicht weiterverfolgt das ist total total verrückt was hier vor sich geht und dann sind wir natürlich weit davon entfernt noch darüber zu reden also wer sowas hilft zu unterdrücken der hat natürlich nichts mit denen zu tun die in Stuttgart um ihr Leben gebangt haben die Polizisten die sich dann selbst verteidigt haben und geschaut haben dass sie da einigermaßen gut rauskommen aus der Nummer und sie selbst nicht verletzt werden das ist wieder eine ganz andere Tat und schwarze Schafe zu nennen ist dann schon wieder sehr mild formuliert wenn wir dann über solche Menschen reden aber das ist das ist alles leider auch da draußen und auch Fakt und eine Realität mit der sich bald viele Menschen beschäftigen werden müssen und vor allem hat man das Gefühl es sind so viele kleine Testballons die da draußen losgehen wenn dann wieder jemand geoutet wird und sie merken da gibt es bei der Bevölkerung eigentlich keine zwei Meinungen genau richtig ich meine ich möchte mich nur eine Sache eben ganz kurz sagen wir jetzt noch zu diesem was du sagtest mit den Vibrationen eingehen und ich meine dass es Vernon Howard war der sagte dass die Krankheit der Menschheit ist so schlimm dass nur wenige es ertragen sie anzusehen aber die die sie ansehen werden gesund und es ist wirklich leider so dass wie zum Beispiel bei einem gebrochenen Bein man muss sich die Wunde ansehen weil ansonsten riskiert man zum Beispiel dass der Bruch halt schief zusammenwächst oder wie auch immer es ist also wirklich notwendig dass man sich sowas ansieht und wir sagen unsere Gesellschaft ist leider sehr hart geschädigt dass man wirklich da seinen Mut zusammennehmen sollte um sich das wirklich einfach mal genau vor Augen zu führen weil auch zum Beispiel das andere Thema also jetzt zum Beispiel was damit ja im Zusammenhang ist ist ja diese ganze Geschichte mit Adrenochrome und sowas und es wird ja alle 20 Jahre im Grunde genommen diese ganze Geschichte einmal kurz aufgespült und kommt so ein bisschen ans Tageslicht und wird dann ja von den Mainstream-Medien wieder weggewaschen und man das ist auch das was Jordan Sather Limited Hangout nennt das heißt man man gibt den Leuten eine Information über ein kritisches Thema sagt ihnen ein paar Wahrheiten den Rest sozusagen packt man voller Lügen und wartet einfach darauf regen sich die Leute wirklich sehr drüber auf wenn ja dann muss da was geschehen wenn die Leute aber sagen das einfach sozusagen einmal sagen oh das ist ja schlimm da möchte ich gar nicht weiter drüber wissen dann wird das Thema einfach weggespült sozusagen und es passiert nichts und diese ganzen Verhältnisse bleiben so wie sie sind und also meines Erachtens ist es schon wichtig dass man da den Mut zusammennimmt an einem guten Tag sich einfach mal solche Sachen anzusehen und ich denke wir kennen alle das Video auch zum Beispiel von Xavier Naidoo wo er seine emotionale Reaktion darauf filmt und so weiter und das Thema ist sehr 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 heikel und sehr grausam aber wenn das einfach verschwiegen wird und wieder unter den Teppich gekehrt wird dann haben wir insgesamt ein viel größeres Problem weil dann bleibt das so und du hast ja den Fall in Belgien angesprochen gut ich meine Marc Passio spricht ich glaube in dem Satanismus Vortrag ja auch das Schloss da in Belgien an was ja eines der bekanntesten Opferzentren ist und so weiter und ja es ist definitiv ein sehr heikles Thema was leider sehr sehr weit verbreitet ist vor allem halt hier bei uns in Europa was ja dringend bearbeitet werden sollte und zwar auch mit der Ernsthaftigkeit die dafür notwendig ist und ja das wie sagen einfach nur zu sagen okay da sind andere Leute für zuständig das ist nicht mein mein Bier sozusagen ist da die falsche Einstellung meines Erachtens also das ist eine wirklich eine Sache die geht uns alle an und vor allem halt alle Leute die Kinder haben oder mal welche haben wollen weil wie gesagt wenn man da jetzt den Mantel des Schweigens drüber hängt dann geht man ein sehr großes Risiko ein was in dem Zusammenhang auch mehr kam mir gerade in Erinnerung dass oftmals auch Kinder gezeugt werden um sie dann zu opfern das heißt die Kinder sind gar nie erfasst worden und haben keinen Geburtsschein und sind behördlich gar nicht erfasst sodass es auch niemandem auffällt wenn die dann wieder weg sind also still und heimlich werden da einfach Schwangerschaften für Opferungen geplant also richtig übel aber ich weiß es nicht da hast du völlig recht man muss sich schon mit diesen Dingen beschäftigen aber man muss auch wissen wo man seine Grenze hat damit man nicht komplett in diesen Tunnel fällt in dieses Loch fällt das einfach eine ordentliche Schwingungsabsenkung bedeuten würde und zwar eine dauerhafte erstmal wenn man sich da zu sehr reinsetzt und dennoch wir brauchen auch die wenn man sich jetzt ich habe auch und das wurde ja sogar in der Presse erwähnt die Polizisten die sich jetzt den Fall in Münster sich dieses Videomaterial sichten müssen das sind Familienväter sie haben wirklich also diejenigen die da wirklich empathisch sind und die haben mein größtes Mitgefühl was die sich anschauen müssen also ich ich würde mich da schwer tun dieses Material zu sichten und das ist deren Aufgabe um für genaue Recherche diese Dinge zu sichten also und das ist ja das sind ja so viel Videomaterial unfassbar das ist schon schwieriger richtig vor allem wo jetzt das ist jetzt zum Beispiel auch so ein perfektes Beispiel für das was ich sagte mit dem Limited Hangout also dass das halt ich sage ein Einzelfall sozusagen gezeigt wird in der Presse und man so tut als ob es ein Einzelfall wäre aber zum Beispiel die Folgemeldung dass da wohl 1800 Leute da dran gehangen haben die auch dieses Netzwerk gefüttert haben und so weiter das wurde dann zum Beispiel schon gar nicht mehr wirklich publik und also im Grunde gibt es ja auch zum Beispiel schon Quellen die ja schon sehr lange darüber berichten dass es halt ein weltweites Netzwerk ist wo knapp 70.000 Leute wie soll ich sagen diese diese Sache füttern und das ist ja jetzt kein europäisches Phänomen oder sowas sondern das ist ja wirklich ein weltweites Netzwerk und das hängt ja halt auch mit diesem dunklen Kult ganz einfach zusammen Es ist verrückt also wir kennen ja den Fall Epstein dass der halt einfach dass es dort eine Insel gab auf die man noch nicht mal richtig Zugriff hatte wo das so gang und gäbe war dass man dort mindestens an minderjährige Menschen kam um sich mit ihnen sexuell zu vergnügen in welcher Freiwilligkeit auch immer so und das geht natürlich weit düster aber das sind so die Sachen jetzt rausgekommen sind die wir offiziell wissen dürfen wie tief das noch geht das ahnen viele oder wissen auch viele von uns nur ist es halt nicht in der Öffentlichkeit recherchiert genauso diese Pizzagate Geschichte ja die reden da immer über Pizza und in den E-Mails so schön als Codewort ja und man kann wenn man wenn man da Pizza liest dann kann dann stimmt das einfach nicht auf Pizzas ja also und dann wird sogar noch gesagt man darf kein Amerikaner darf dieses Material lesen ja die Presse darf es lesen und interpretieren also es ist wirklich da werden Gesetze gemacht dass du sich damit gar nicht beschäftigen darfst weil das natürlich auf Wikileaks auch veröffentlicht worden ist ja diese diese E-Mails wo du sagst wow was ist denn was geht denn hier ab und wir müssen uns als bewusste Menschen natürlich damit auch auseinandersetzen hast du völlig recht also diese Licht und Liebe Fraktion das ist es das ist es nicht nur die Tiefe ist mir auch nicht klar vielleicht muss das auch jeder für sich persönlich beantworten hast du da einen Ratschlag wo man merkt man hat da zu viel oder was was würdest du ganz konkret sagen wäre jetzt die richtige Herangehensweise an jemanden der sagt ich bin da jetzt ganz offen wie soll ich mich jetzt damit beschäftigen ich bin ja jetzt kein Ermittler oder Polizist sondern einfach Privatmensch der diese weiß wo er diese Videos schauen kann sondern sich das alles anschauen warum und in welcher ja Quantität Qualität also ich muss jetzt gerade so schmunzeln als du Epstein angesprochen hast weil ich mit meinem Freund vorgestern zum Beispiel noch darüber gesprochen habe wie das überhaupt aufgeflogen ist und meine mein Vorschlag ist also je näher man in die Details geht desto schwieriger ist das Ganze wirklich zu verdauen und daher würde ich zum Beispiel empfehlen also die Clinton E-Mails sind definitiv und Podesta Sachen sind definitiv ein guter Staat weil es halt sehr oberflächlich ist und ich meine wenn jemand 10.000 Dollar für eine Pizza für ein paar Stunden bezahlt und 3.000 Dollar für die Entsorgung des Pizza Kartons ist das schon relativ eindeutig so und mir fällt da zum Beispiel ein sehr schöner Blog-Eintrag von David Wilcock ein der 2016 meine ich war das 2016 2017 einen sehr schönen Blog geschrieben hat über die Industrie die dahinter steht und es gibt ja bestimmte Zeichen für ja für junge Mädchen und junge also junge Knaben sozusagen die in unserer Industrie auch sind und er zeigt in diesem Blog halt eindeutig diese Zeichen diese Codes und das ist zum Beispiel etwas was man sich meines Achtens definitiv vor Augen führen sollte damit man weiß welche Produkte man meiden soll denn es ist definitiv was wahres dran wenn man sagt der Kassenbon ist dein Wahlzettel jeden Tag also das heißt man sollte dann wirklich die einzige Möglichkeit wie wir uns einfach bestimmte Produkte bestimmte Firmen zu boykottieren und ich wollte so eben kurz auf diese Sache mit dem Appstein eingehen weil das im Grunde genommen ein sehr schönes Fingerzeig Thema Q ist da hat ja auch Jordan Sather in dem Vortrag den ich übersetzt habe hat er ja auch darüber gesprochen dass die dunkle Seite versucht hat Donald Trumps Air Force One abzuschießen und die Retourkutsche der Allianz war dann dieses zweimotorige Propellerflugzeug sozusagen zu klauen also angeblich war da halt jemand drin der leicht suizidal war und wohl einen schlechten Tag hatte angeblich und sich einfach ein Flugzeug ein vollgetanktes Flugzeug was da gerade leer rumstand auf dem Runway sozusagen gegriffen hat und damit losgeflogen ist genau dieses Flugzeug ist auf Epsteins Insel abgestürzt sonst hätte man nämlich auch gar keine Möglichkeiten gehabt die Bundesbehörde auf diese Insel zu kriegen aber wenn dann ein Flugzeug Absturz stattfindet dann muss man dahin und eine andere Sache was den meisten Leuten zum Beispiel nicht bewusst sein wird ist dass Epstein kurz nachdem dieses Flugzeug darauf abgestürzt wurde und bevor die Bundesbehörden da drin waren bestimmte Kanäle und Tunnel zubetoniert hat also dass diese ganze Geschichte geht halt deutlich tiefer als man meint aber ich gehe davon aus dass das jetzt alles demnächst in diesem großen Aufwasch mit ans Tageslicht gespült wird jetzt halt auch gerade diese ganze Sache mit der Clinton Foundation und sowas alles und da gibt es auch diese Sache mit dem Herrn Wiener zum Beispiel der in New York City ja auch einen Laptop mit Beweismaterial an die New Yorker Polizei gegeben hat und ich meine das glaube ich über einen Dutzend Polizei Beamte in New York ums Leben gekommen sind die sich dieses Material angeguckt haben und was ja auch recht bekannt ist dass in dem Fall gegen die Clintons ja auch ja ich sag es mal einfach zufälligerweise und ich möchte kurz dazu sagen in meiner Welt existiert kein Zufall dass da halt dann auch über 50 Zeugen ja dass ihnen schlimme Dinge passiert sind sodass sie halt nicht mehr aussagen können und das ist ja leider eines der Markenzeichen unserer loyalen Opposition ja also aber die Frage also super interessant ganz lieben Dank für die Ausführung aber inwieweit klar der Tipp ich soll vielleicht auf die eine oder andere Marke kann ich verzichten also eben Kassenbon aber inwieweit ist es denn jetzt Aufgabe der einzelnen wenn ich sie mal Nichtarbeiter nennen darf oder ja weißt du was ich meine Wahrheitssucher inwieweit ist es denn die Aufgabe sich da tief hinein zu begeben um halt sich das gebrochene Bein so wie du es bildlich gesagt hattest genau anschauen zu können um dann Heilung möglich zu machen wie tief alles mehrmals oder also was sehr 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 verstörend ist ist sich die Bilder von den Opfern selber anzusehen weil es weil es unglaublich unmenschlich ist aber es ist meines Erachtens wirklich wichtig sich anzusehen dass das ganze industrielle Ausmaße angenommen hat und dass das ja wirklich also eine Art von Industriezweig geworden ist der massiv an Geld reinspült ich meine dass mein Freund sagte mir jetzt gestern dass ich meine Menschenhandel eine unglaubliche Summe an Geld zusammengebracht hat also an Schätzungen und zwar mehr als Google und andere Firmen in der Größe zusammen und das zeigt ja im Grunde genommen schon dass es kein Zufall ist dass es auch keine Einzelpersonen sind sondern dass es halt wirklich ein massiver Ring ist und man hört ja glücklicherweise auch immer mehr Meldungen dass bestimmte Ringe da hochgenommen werden aber es ist halt wirklich so unglaublich ineinander verflochten aber man sollte sich das Ausmaß ansehen und dass es eine Industrie ist und das sollte man sich auf jeden Fall wirklich sehr bewusst machen ich sage jetzt mal zum Beispiel wie man mit diesen Leuten umgeht und so weiter das ist wirklich sehr 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 verstörend und das würde ich wirklich nur den absolut hartgesottenen empfehlen sich wirklich mit den Details auseinander zu setzen aber das ganze Thema des sogenannten SRA also den satanischen rituellen Missbrauch hier der Herr Marcel Polte zum Beispiel spricht er ja auch sehr offen drüber und so was es gibt Leute die sehr klar drüber sprechen und man sollte diesen Leuten definitiv zusehen und ich wurde jetzt zum Beispiel auch immer mehr auf bestimmte Leute hingewiesen die nach einem traumatischen Erlebnis sich zum Beispiel an ihren eigenen Missbrauch erinnert haben und so weiter und das Hauptproblem das hast du ja auch letztens in den Sendungen schon mal angesprochen das wird und das ist jetzt auch eine Sache die mir jetzt gerade einfällt was du am Anfang sagtest mit der Polizei dass die zum Beispiel ja auch gesagt haben ich meine dass der Marcel Polte das sagt dass wenn zum Beispiel jemand zu der Polizei geht und angibt dass er missbraucht wurde oder dazu gezwungen wurde bestimmte Dinge zu tun und so weiter es gibt gar kein Häkchen oder gar keinen Vermerk sozusagen bei der Polizei dass man und daher kann ich jetzt zum Beispiel den ganzen Herren in der Uniform im Grunde genommen wirklich nur empfehlen wenn ihr auf die Jagd geht seht nach oben nicht nach unten weil natürlich sind das normale Leute die das was du ja auch vorhin angesprochen hast mit diesen Brüterhäusern die die Leute gefangen halten und diese ganzen schlimmen Dinge tun aber es wäre wichtiger die Geldgeber abzugreifen die diese ganzen Sachen überhaupt ermöglichen weil ich meine ich habe jetzt zum Beispiel auch ich weiß von nicht jetzt in meinem direkten Umfeld aber von über zwei Dreiecken und so weiter von Leuten die zum Beispiel Kinder verkauft haben zu einem Preis von 8000 bis 10.000 Euro da muss es ja Abnehmer für geben und da muss es ja Leute geben die so was mal eben gerade in Bar sozusagen aus der Tasche und wie gesagt mit dem Hinweis dass das Ganze halt wirklich industrielle Ausmaße angenommen hat da sollte man wie gesagt da muss man halt ziemlich weit nach oben gucken um da wirklich die Drahtzieher zu finden um das wirklich beenden zu können diesen Albtraum ja und dennoch also du hast ja gesagt Sven schon also ich glaube die Frage die ich jetzt gestellt habe die kann man glaube ich die Antwort mal aus dem Mund die kann man individuell nicht beantworten man kann sie insgesamt nicht beantworten man kann sie global nicht beantworten pauschal nicht beantworten das kann nur jeder für sich selbst rausfinden ich bitte euch da vorsichtig zu sein es hat Wook selbst gesagt also wenn ich die Opfer so genau anschaut dann könnt ihr Trauma übernehmen also man muss da einfach sich auch gut kennen aber dennoch ist es auch unsere Aufgabe hinzuschauen wenn niemand hinschaut dann wird es immer so weitergehen das ist auch klar aber wenn wir jetzt davon ausgehen dass dort auch schon Dinge passieren eben schon Ringe auffliegen irgendwie so immer mehr Netzwerke eben aufgedeckt werden gibt es ja dennoch und um mal eine Stange zu brechen für die Ordnungshüter gibt es ja doch dennoch Polizisten und Staatsbedienstete die diese Aufgabe gerne machen und gewissenhaft machen weil sie auch sich erkannt haben das muss enden und diese Aufgabe dann auch so schwer sie ist aber auch dann gerne machen und gut machen also um jetzt hier irgendwie nicht einen Stab zu brechen irgendwie so über die Polizei und zu sagen hier die werden alle irgendwie für die dunklen Herrscher da die werden natürlich in einer gewissen Form missbraucht aber wenn diese Dinge so klar sind und sie auch die richtigen Anweisungen bekommen dann kann man sich auf diese Menschen auch verlassen weil sie wie du mal eingangs gesagt hast aus eigentlich auch aus anderen Beweggründen auch aus Beweggründen vielleicht der Gerechtigkeit und auch der mit der gewissen Vision diesen Job angefangen haben als junge Menschen gedacht haben ich möchte mal zur Polizei gehen um einfach Gutes zu machen weil ich will dass die Menschen beschützt sind oder einfach dass das Böse hier nicht so regieren darf und agieren darf ich möchte die Leute beschützen und das sind sehr große und gute Ziele oder Gründe aus denen man mal diesen Job angefangen hat man wird vielleicht dann desilusioniert in einer gewissen Weise und stellt dann fest der 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 nervige Kerl der die Leute im Prinzip der den Verkehr regelt und die Leute auffällt wenn sie im Handy telefonieren aber es einfach wenn du anschaust dass wir Probleme haben ist das so Pille-Palle aber klar das ist das muss scheinbar auch getan werden das ist auch eine gewisse Beschäftigungstherapie aber die wichtigen Dinge werden scheinbar auch gemacht im Hintergrund und eben auch von diesen Menschen die wir jetzt gerade eben so ein bisschen kritisch angesehen haben es ist auch wichtig dass das gemacht wird und dass Menschen eben auch mit Ausbildung diese Dinge dann eben für uns erledigen die wir jetzt gerade nicht erledigen also ich habe noch keine unterirdische Basis erobert und Leute verhaftet die definitiv auch verhaftet gehören also das ist jetzt nicht meine Aufgabe per se in dem Leben richtig also das was du angesprochen hast sehe ich auch so ich gehe auch davon aus dass der Großteil der Uniformierten insgesamt im Grunde das Richtige möchte und das ist ja auch unser großer Vorteil dass wir einfach mehr sind aber es ist ja auch leider bekannt zum Beispiel dass ja gerade durch die Medien man kriegt ja im Grunde genommen permanent von denen das serviert was was wirklich schlecht und schlimm läuft weil es sich einfach am besten verkauft so dieser sogenannte 4 Porn der funktioniert einfach also das was einen schockt das das gibt diesen Reiz diesen diesen Nerven Kitzel und das ist ja auch das was womit man die Leute sozusagen ködern kann und so weiter aber es gab ja auch vor einiger Zeit zum Beispiel dann bestimmte Fälle von ganz klarer Polizeigewalt also wo bestimmte Polizisten weit über die Stränge gegangen sind und also ihren persönlichen Frust denke ich einfach mal an einer Person ausgelassen haben und so weiter aber das was wirklich meines Erachtens als allererstes erfolgen muss oder sollte ist dass diese Institutionen die im Grunde genommen ja das Zeichen oder die höchste Integrität haben sollten weil diese Leute genauso wie das ganze Justizsystem und so weiter sind im Grunde genommen diejenigen von denen wir das erwarten dass sie die aller integersten Personen sind dass die sozusagen eine Innenreinigung machen also dass das bestimmte schwarze Schafe dann auch wirklich zu Aufgaben dirigiert werden wo sie keinen Schaden anrichten können ganz einfach weil ja der ganze Berufsstand schlicht und ergreifend darunter leidet und mir fällt da jetzt zum Beispiel ein ein Beispiel ein was aus der Schweiz kommt wo relativ sagen wir jetzt Streifenpolizisten darauf aufmerksam geworden sind ich meine dass der Generalstaatsanwalt einer der großen in der Schweiz nach Frankreich gefahren ist um dort sich an kleinen Jungs zu vergehen am Wochenende und dann wieder unbehelligt in die Schweiz kam und dort seiner Arbeit nachzugehen und der Streifenpolizist hatte soweit recherchiert und hat dann auch zum Beispiel es soweit erwirkt dass ein Haftbefehl gegen diesen Anwalt erwirkt wurde aber am Tag des Vollzuges wurde das zurückgefiffen und zwar von der höchsten Polizeistelle sozusagen und derjenige wurde dann halt auch degradiert und deswegen sagte ich ja gerade bei dieser ganzen Geschichte ist halt diese Reinigung diese Innenreinigung extrem wichtig und es ist wirklich wichtig ganz weit nach oben zu gucken weil ich sag's mal diese ganze Geschichte ist einfach halt ich sag's mal ganz klar so pervers dass es im Grunde genommen nur Leute machen die entweder komplett wirklich geistig verdreht sind oder die die halt schon ich sag jetzt mal jeden anderen Kick den man kriegen kann schon erlebt haben dass sie in solche Extreme reingehen müssen und das ist halt eine ganz wichtige Sache und das ist natürlich etwas was sehr stark gegen die Programmierung der Leute geht die das ausführen sollten weil die halt normalerweise immer dieses typische Fahrradfahrer Prinzip also nach oben buckeln nach unten treten das muss exakt umgedreht werden dass die Leute wirklich dann sagen okay wir müssen anfangen sozusagen gegen unsere eigenen Chefs zu ermitteln und die zu überprüfen und wie Mark Pastry auch zum Beispiel in dem Satanismus Vortrag selber sagte dass bestimmte Polizisten ja auch diese satanischen Treffen bewachen als 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 Security Dienst sozusagen als als ihr Privater und so weiter das darf nicht sein das ist nicht nur Verschwendung von Steuergeldern sondern dass es Mittäter schafft und da ist halt auch schon wieder so eine Sache mit Karma Das war seine persönliche Erfahrung also er war ja mal über seine Metal Musik die sehr christlich feindlich war sag ich mal ist er so per Flug irgendwie so übergeglitten in die Church of Satan er ist sich da auch lange böse gewesen drüber er hat da selbst hart an sich arbeiten müssen und eben da würden wir dann auch ins Thema Vergebung reinschlittern aber er hat erlebt eben dass auf Treffen er war nur bei niedrigen Treffen dabei aber selbst da waren Polizisten abgestellt die diese Veranstaltungen beschützt haben deswegen ist das ganz konkret von ihm erzählt worden und schon ziemlich heftig für jemanden der jetzt wenig Ahnung von hat sagst das bessere Security Service gibt es gar nicht und dementsprechend wurde mit Mark auch sehr abfällig über die Runde hat derjenige der mit ihm drüber geredet hat gesprochen also das schon richtig das ist eine der Sachen die ich auch zum Beispiel immer wieder wenn er das erwähnt zum Beispiel in den Untertiteln auch erwähnt habe dass die Leute wirklich sich klar machen sollen dass wie Mark gesagt ihre Besitzer die sie spielen können wie Marionetten dass die sie sozusagen am meisten verachten sogar noch mehr als die Toten also die breite Bevölkerung die Leute die sozusagen die von ja den uniformierten sozusagen bewacht werden sehen ihre eigenen Wachhunde als niedrigeres Leben an als die breite Masse und das ist zum Beispiel auch so ein typisches Ding um dieses verdrehte Denken von ihnen klarzumachen und das ist halt eine der Sachen die natürlich ganz klar wenn ich jetzt selber Polizist wäre und in diesem Beruf wäre diese Aussage würde mich also klar ich hätte fünfstellig Puls aber mit Sicherheit aber es ist leider das ist auch wieder diese Sachen mit dem mit diesem sich die Wunde ansehen man muss das wirklich wissen für sich selber damit man auch genau weiß wer wirklich der Feind ist oder der Gegner und das ist eine der Sachen die mir klar geworden ist weil ich gemerkt habe dass die meisten Leute bestimmte Details der Gefängnismauern die immer enger zusammenrücken sehr genau beschreiben können aber sie wissen nicht wer hinter den Hebeln sitzt die diese Mauern sozusagen in Bewegung setzen und so weiter und so fort und das ist meines Erachtens sehr sehr wichtig wirklich zu wissen wo man den Hebel ansetzen muss da geht es auch mit dem Trivium darum man muss ja wirklich wissen wie diese Mechanismen funktionieren dass man weiß in welches Zahnrad man einen Schraubstock reinschmeißen muss um die ganze Maschine anzuhalten und genau dieses Anhalten ist meines Erachtens ein Job von uns zum Beispiel etwas weiß und es verschweigt dann ist das sicherlich nicht gut weil im Grunde genommen jetzt auch zum Beispiel es gibt ja die Möglichkeit also natürlich wenn man in diesen dunklen Club eintritt wird einem gesagt dass man mit extremen Konsequenzen zu rechnen hat wenn man da raus geht aber ich würde jetzt ganz einfach mal behaupten dass es Möglichkeiten gibt solche Aussteiger zu schützen wenn sie wirklich bereit sind Informationen zu liefern die zu Festnahmen ihrer Chefs führen und so weiter und ich denke auch dass sehr viele Leute die in diesem Club sind bestimmte Vorteile erhofft haben aber sich dann auch sehr schnell desillusioniert wurden über das wie es wirklich abläuft und im Grunde genommen sich wünschen da aufzusteigen weil sie nicht mehr mit sowas in Verbindung gebracht werden wollen und das wäre definitiv also da sollte man auch noch mal ein bisschen mehr Energie in genau diese Sache reinwenden dass man diese Leute ja abwirbt und ihnen wirklich zuhört und glaubt was die da erzählen und dann halt auch wirklich entschlossen handelt deswegen deswegen ist die Wahrheit so wichtig weil die Wahrheit uns in dem Fall wirklich befreien würde da wenn die Wahrheit klar draußen wäre könnte jeder der einen Job macht der einen Unterschied ausmacht sich entscheiden und für die richtige Seite entscheiden und die würden das auch tun also so viel Vertrauen habe ich in die Menschheit dass sie sich richtig entscheiden würden und nicht nur wegen des Geldes irgendwie versuchen würde das wäre dann moralisch draußen niemand würde dir einen Vorwurf machen jeder fände es gut wenn du das machst das ist eine glasklare Nummer und deswegen ist die Wahrheit so wichtig und es ist so anstrengend dass obwohl sie so nah schon an der Oberfläche ist und wenn man nur ein bisschen weiter rein recherchiert sagt man wie du es vorhin gesagt hast ja die Pizza was soll denn sonst sein wollen wir nicht zu viel rein interpretieren in die Geschichte zu einsteigen aber es gibt so viele Beweise diese vielen Tote in Belgien wegen diesem Fall diese weiterführende Recherche die dann geendet hat am Königshaus wo man dann die Leute nicht mehr verfragen darf wegen dem diplomatischen Schutz allein schon dieser diplomatische Schutz der total verrückt ist was wir uns da absolut crazy was wir als normal für uns wirkt aber was man sich da alles theoretisch herausnehmen kann wenn es dann greift also absolut aber die Wahrheit würde ganz viel befreien und den Menschen die Scheuklappen von den Augen reißen und sie richtig handeln lassen das wäre wirklich unser aller absoluter Wunsch deswegen sind wir auch immer wieder froher Hoffnung wenn es wieder eine Meldung gibt da ist wieder was rausgekommen die Kinder sind befreit worden und dann die Zeugenaussagen Netzwerke Namen bitte zack zack und dann endet das dann wieder da der Informationsfluss dann kommt wieder nichts weiter bei rum keine Meldung in den Medien die es ja auch schon vereinzelt gab bei ähnlichen Verwandten Themen sag ich mal Christoph Metzelda oder Will Cosby wo man einfach gemerkt hat du bist dann auch medial du bist sofort tot für die Menschen die haben keine Lust mehr auf dich auf deine Sendung und das was du sonst noch so machen würdest da bist du durch und das ist auch die richtige Reaktion dann dann wir ganz knapp dran am Thema Vergebung und gerade in diesem ganz harten Thema das macht es so unfassbar schwierig wie soll man denn diesen Menschen vergeben aber das würden wir uns dann wirklich vielleicht auf die Folgesendung aussparen das ist weil es auch nicht nur dieses Thema betrifft Vergebung ist eine ganz große Angelegenheit eine sehr persönliche Angelegenheit auch und nicht nur endet nicht nur bei diesen ganz schrecklichen Dingen die sich demnächst für uns alle offenbaren werden ja also ich denke auch dass also jetzt sag ich mal das Thema Vergebung ist definitiv ein Thema was wirklich ausführlich besprochen werden sollte weil es ja nicht nur darum geht zum Beispiel anderen Leuten zu vergeben und da ist es auch oftmals wichtig einfach wirklich diese Zusammenhänge zu verstehen warum bestimmte Leute bestimmte Dinge getan haben und so was sondern das Thema oder eines der Sachen zum Beispiel mit denen ich persönlich am meisten Schwierigkeiten hatte war mir selber zu vergeben dass ich mir sage okay gut ich kann das jetzt gerade nicht besser oder ich brauchte diese Erfahrung ich musste da einmal auf die heiße Herdplatte packen um einfach wirklich zu wissen okay ich möchte das nicht wieder erleben und das sind so Sachen da sollte man sich auf jeden Fall genügend Zeit nehmen um das wirklich einmal schön auszuführen es war ganz spontan wir haben nicht wirklich gewusst dass wir in dieses Thema das wir gerade besprochen haben so tief rein rutschen würden viele von euch wissen das schon wir können mal festhalten den persönlichen Tipp bei dem Umgang mit den Details können wir euch nicht geben nur ist es wichtig diese Dinge zu wissen in einer gewissen Tiefe muss sie jeder von uns wissen weil ansonsten schauen wir weg und das sollen wir auch nicht sollen definitiv hinschauen damit diese Dinge aufhören nur wenn wir unser Licht drauf scheinen lassen können diese Dinge auch zum Vorschein kommen deswegen sind wir hier das ist unsere Aufgabe unsere gar keiner und das darf im Dunkeln weiter wabern das wollen wir aber nicht wir wollen dass diese Dinge jetzt ans Licht kommen und deswegen sind wir wahrscheinlich diejenigen die nicht weg schauen dürfen wieder persönlich guckt dass es euch dabei weiter gut geht es geht nicht darum bis zur Selbstaufgabe sich jetzt selbst maternd mit diesem Material zu beschäftigen um da selbst ein komplettes Trauma mit zu erleben weil man kann das sich einfangen je nachdem wie gut ihr schon in der Mitte seid wie gefestigt ihr seid wenn ihr noch in diesem Pendel hängt vom Himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt dann seid ihr vielleicht jetzt noch nicht an der Reihe oder kräftig genug oder stark genug und gefestigt genug um euch mit diesen Dingen in den Details zu beschäftigen aber an alle die einfach jetzt schon sehr gut mit ihren Energien zu handhaben wissen und sie einfach sich sehr gut einschätzen können die bitten wir darum sich auch mit diesen Dingen zu beschäftigen weil sie müssen einfach ans Licht kommen wir sind diejenigen auf die wir gewartet haben wir sind diejenigen die das machen müssen eben ins kollektive Feld geben damit der nächste den Aha Effekt hat damit es weitergeht weil Geist schafft Realität Geist ist vor der Materie wenn unser Geist es nicht zulässt dann wird die Realität sich nicht entwickeln wie wir das gerne hätten richtig und ignorieren macht das Problem nicht besser es macht es nur schlimmer man kann auch nichts verändern was man ignoriert man muss sich damit konfrontieren und sich damit beschäftigen damit man zumindest sagen kann okay gut ich habe jetzt so einen ganz groben Überblick bekommen und ich will nicht dass das weiter läuft das ist ja auch der Punkt warum ich jetzt auf diese Industrie hingewiesen habe dass man in seinen Einkaufsgewohnheiten beziehungsweise auch in ja anderen Sachen zum Beispiel dass man sich über diese Symbolik zum Beispiel ein bisschen ein bisschen schlau macht und wir werden halt auch diesen Artikel von David Wilcox zum Beispiel da verlinken und es gibt ja verschiedene Programme oder Seiten wo man halt auch den Text dann übersetzen kann für die Leute die englischer Sprache nicht so mächtig sind aber es ist definitiv empfehlenswert darüber zumindest so weit Bescheid zu wissen und damit wir einfach dieses Treiben nicht mehr länger akzeptieren hier bei uns unserer Kinder zuliebe ganz lieben Dank lieber Wug auch wenn es ein schwieriges Thema war wir haben auch ein gewisses Pendel jetzt gerade gehabt von schönen Sonnenwände über die hilfreichen Arktorianer und unsere außerirdischen Freunde dann eben doch zu einem ganz konkreten düsteren Thema das uns auf der Erde beschäftigt ganz lieben Dank Zuschauen ganz lieben Dank für die Unterstützung von Wug und von mir und bis demnächst sind es wieder heiß mit Herz und Verstand Tschüss mit Herz und mit Herz mit Herz Amen. 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 Amen.